Bitte lass rechts der Boss sein. Bitte, bitte. Äh, DEN Boss sein. Oh mein Gott, ich bin so beeindruckt. Ist fast tot. And he's gone. Komm schon. Danke. Und danke. Für eine sinnlose Kiste ohne Leben. Und jetzt bitte der Bossraum rechts. Nein, das ist nicht der Bossraum. Scheiße. Kann ich jetzt aufsprengen? Bitte. Ja, okay, ich bin raus. Und Sun. Ich musste sie einsetzen. Ich hatte keine andere Wahl. Und natürlich links unten. Das heißt, wir haben noch ein paar richtig schlimme Räume vor uns. Wie diesen hier. Okay, der ist machbar, definitiv. Also, ich muss mich ankommen, sind die scheiß Spinn-Kokons. Die viel zu viel Spock gespawnt werden. Aber ich, boah, ich baller die einfach weg. Oh mein Gott, das ist vor mir. Lack, 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 lack. Ich meine Skills, 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 skills. Oh, hab mich wirklich getroffen. Scheiße. Oh, doppelt Sloth. Hab ich eine Angst. Ich will doch mal in die Chest. Ich will unbedingt in die Chest. Chest ist cool. Der Stil. Der Balls of Stil. Ich bin tot. Und wir haben hier eine Stärke-Karte. Sehr schön. Gibt es noch nicht? Oh Gott. Leute, ihr wisst, worauf es hinauslaufen wird. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, es geht weiter. Ja, ich hab nicht wirklich viel rausbekommen. Ich hab alle Münzen gespielt. Beim Spreng hab ich noch mal 8 Münzen rausbekommen, als ich ihn gesprengt hab. Was hab ich bekommen? 2 blaue Herzen. Und ich hab eine Rangedown-Pille bekommen. Also... Und viele Notfallherzen, die ich da noch liegen hab jetzt. Aber sonst nichts. Wow, hab ich den grad einfach so zerlegt? Ich hab beide so zerlegt. Krass. Oh, noch ein Autobahn. Das gibt's ja gar nicht. Das kann ich aber eben drin lassen. Das sind ja nur 9 Münzen. Und ich back mich ab und wieder hier runter. Oh, pretty fly, endlich. Und eine blaue. Das ist eine schlechte. Das ist eine Health-Down-Pille. Nee, Tiers-Abi. Okay, der zweite Automat war definitiv besser. Und doppel Loki. Oh, ich mag Loki. Und Rangedown hat nichts gebracht. Also, wir ballern immer noch vom einen Raum. Von einer Hälfte zur anderen. Also auch sehr schön. Als ob ich Angst vor dir hätte, Loki. Bam. Kannst dich nicht wieder verstecken. Und du bist jetzt tot. Sag dir jetzt tot. Du auch. Okay, auf zu Isaac. Stärkekarte. 1, 2, 3, 4, 5. Was? 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 gut momentan heidewitz kurs baller ich fühlen schaden raus das ist ja schon auch noch hab ich seht ihr das was mit der menschen raus das ding hat durch schock so wird er ist gern sterbt ihr scheiß engel sterbt rot blau und wir uns eben die wir haben ja noch vier ersatz herzen können uns den einzelnen weg holen und so also wir sind jetzt wie kommt wirklich in die chest haben 17 schlüssel wir können also alle vier kisten öffnen ich bin gespannt was wir raus kommen wir haben wirklich sehr guten schaden diesmal dabei extrem guten schaden oder sag ich sehr sehr selten mom's windel und war schon der mensch upgrade es war jetzt voll doof aber ich liebe dieses riesenschuss und den die 20 was macht der mamys pad noch mal hat die gestand oder war das gift schaden leder brava standard dass die windel war gift schaden stimmt also nehmen wir bleiben wir beim space bei jete was haben wir hier münzen die wir brauchen können sehr gut und ich würde sagen wir gehen mal nach oben hin und habe ich vermuten dass er was ich mich du bist hässlich auch sogar polymethos ist stark ich gegen so ein boss relativ kacke muss ich sagen von mini format doppelt ist relativ scheiße ich mache es mal einfacher warte mal sprengen ach ja die türen sind sprengen gesichert haha hätte ich polymethos ich angesammelt man das hat mir alles verdorben jetzt wir zuerst den wir weg haben der ist ja schon fast tot scheiße ich bin reingelaufen die nummer eins und spottest du kleine herzen fickt dich sie sind zu klein zu treffen das ist ja aber ist echter hammer jetzt gerade dieser boss ist die verdammte ausgebot der hölle ok wieso habe ich polymethos eingesammelt das war das dümmste was ich machen konnte jetzt alles quasi gebündelt in einem schuss aber relativ kacke trotzdem oh fuck auch eineinhalb herzen oh doppel horse man ich bin tot scheiße 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 tsch 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 oh der spuckt auch noch ganz viel oh scheiße 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 kann sich anders nach bearzt scheiße scheiße ein blaues herz und der Raum ist nicht mal der Bossraum oh Gott seht ihr was der gespawrt hat es ist so lächerlich es ist so lächerlich fuck wow ich hoffe es hat euch bis hierhin gefallen war eine schöne Runde ich hatte glaube ich noch nie so viel Damage in der Runde gehabt also zumindest seit Ewigkeit nicht mehr war sehr sehr geil hätte ich Polymethos nicht eingesammelt wäre es vielleicht anders gelaufen aber wenn ich mal so recht überlege ich glaube auch wenn ich es nicht eingesammelt hätte es wäre nicht besser gelaufen also jetzt zum Schluss halt aber sonst bisher es war eine richtig schöne Runde mit einem vergeigenden Item rum den wir nicht rein konnten werde ich hier vom Anfang naja ich hoffe ihr scheint beim nächsten Mal wieder ein wir sehen uns bis dann ciao ciao